Am heutigen Pfingstmontag habe ich mich kurz entschlossen entschieden, eine Video-Live-Premiere zu starten. Ich bin der Kreuzhinterkrascher und habe am Pfingstsamstag folgenden Anruf einer Betrügerin erhalten. Scheinbar hat sie mich schon früh erkannt, hat aber genug Zeit, sich mit mir fast 40 Minuten abzugeben. Scheinbar geben denen die Datensätze aus, um Betrügsversuche zu starten. Denn wer würde sonst so lange mit einem Scan-Beta telefonieren, wenn er stattdessen geldbringende Anrufe führen könnte? Wie dem auch immer sei, nach dem Intro hört er diesen Anruf. Jo, moin. Hallo, guten Tag, Herr Bertmann. Jo, wer ist denn da? Mein Name ist Danielle Lareta, ich bin Accountmanagerin bei Tradecom. Sie haben sich vor kurzem bei uns angemeldet, stimmt das? Jo, das war richtig. Okay, super. Mößen Sie jetzt dann Ihr Konto starten? Jo, das kann sein. So ganz viel weiß ich ja noch gar nicht darüber. Können Sie mir das mal erklären? Natürlich, welche Fragen haben Sie? Ja, die sollen wir das mal allgemein erklären. Es ist ja laut bei Ihnen, ne? Das ist ja schlimm zu sein. Das ist ein Callcenter. Bitte, was? Ich verstehe es nicht. Es ist ein bisschen zu laut. Wenn ist zu laut? Nein, der Hintergrund ist so laut. Ja, das ist ein Callcenter. Hier arbeiten viele Menschen. Ja gut, da müssen Sie mal ein bisschen leiser sein. Ich verstehe Sie ja auch gar nicht richtig. Okay, kein Problem. Ich kann laut sprechen. Was möchten Sie dann? Welche Fragen haben Sie? Ja, Sie sollen mir das Ganze mal erklären. Was genau möchten Sie hören? Jo, das geht doch um Geld verdienen, ne? Genau. Ja, dann erklären Sie mal, wie das nun mal Ihnen geht mit dem Trading. Also, wissen Sie, was Trading ist? Jo, das ist Handeln, ne? Das ist der englische Begriff für Handeln. Genau. Genau, ja. Sie haben hier recht. Ja, und wie kann man dabei Geld verdienen? Beim Handeln, bei Investitionen. Ja. Sie haben selber geantwortet. Ja, und wie genau? Also, Sie öffnen für sich die Position, ja, zum Beispiel mit einem Preis, Preis geht nach oben, Sie schließen die Position, Sie haben Profit. So verdienen Sie Geld. Man muss eine Position öffnen? Was für eine Position? Also, auf dem Markt, egal welche Position, das kann Aktien sein, das kann Rohstoffen sein, Metallen, Ähnliches, alles was Sie möchten, die Krypte auf. Und so können Sie das erklären? Das war ja nun nicht so richtig erklärt. Haben Sie jemanden, der das mal richtig erklären kann? Ich kann das richtig erklären. Ja, dann machen Sie das mal. Es war einfach ein Gefühl, als ob wir schon mit Ihnen geredet haben, nicht? Nö, ich kenne Sie ja gar nicht. Mhm, okay. Super, dann welche Fragen haben Sie noch? Bitte gern. Äh, wie ich sagte, Sie sollen mir das mal erklären tun. Wie das nun genau geht. Also, äh, Sie starten eher kurz. Können Sie den Besuch mal ein bisschen ausmachen? Das ist ja nun nicht, dass, dass, äh, die Kollegen da so laut sind, das ist die Musik, die so laut ist. Nein, leider geht's nicht. Warum machen Sie dann so ein Radau? Stört das die Aufnahme? Nee, das stört, dass ich jetzt nicht verstehe, was Sie sagen. Und bei Aufnahme ist alles in Ordnung, also, dann, äh, auf dem Video wäre es mal, ähm, also. Was für ein Video? Sie nehmen ein Video auf? Also, wir nehmen Aufnahmen. Sie auch? Nehme ich mal an, nein? Wieso soll ich das aufnehmen? Das weiß ich nicht. Ja, Sie fragen das doch. Und Sie nehmen das auf? Warum nehmen Sie das auf? Für Ihre und unsere Sicherheit. Für meine Sicherheit? Okay, gut. Das ist ja, das müssen Sie ja doch bekanntlich immer vorher sagen, bevor Sie, äh, anrufen, oder, ne? Das ist ja so in Datenschutzgesetz so. Warum? Sie wissen genau, bei allen Banken, bei allen Callcentern, die Gespräche, die werden aufgenommen. Ähm, für Ihre Sicherheit, damit Sie dann auch später beweisen können, okay, schauen Sie mal, mir wurde das und das und das gesagt und passiert das und das und das. Und das stimmt nicht aber rein, ja? Dann müssen Sie mir das ja, dann müssen Sie mir diese Aufnahme ja auch zuschicken. Okay, kein Problem. Jo, dann schicken Sie mir die mal zu, was Sie hier aufnehmen. Gut. Gut. So, nun wollen Sie mal erklären, wie das nun genau funktioniert mit dem Trading. Dann, ich, ähm, würde Ihnen Folgendes sagen. Also, normalerweise, die Kunden, die sich bei uns anmelden, ja, die starten ihr Account mit, zum Beispiel, einer Mindesteinzahlung, Summe mit 250 Euro, ja? So, so. Danach wird Ihr Konto gestartet und wir müssen noch Ihr Konto verifizieren lassen, ja, mit einem Fragebogen. So, danach bekommen Sie noch einen persönlichen Ansprechpartner, ja, der wird Ihnen an der Börse, ähm, handeln zu helfen. Okay? Ja, und an welcher Börse handeln Sie denn? An Finanzbörse. Ja, es gibt ja nur verschiedene Finanzbörsen, ne? Ich sehe das immer in der Zeitung, ne? Ja, natürlich. Und an welcher handeln Sie? Europäische Börse gibt's, amerikanische, wir handeln an beiden. Ja, es gibt europäische, aber es gibt auch Länderbörsen. Ich glaube, in Frankfurt ist eine Börse. Ja, natürlich. Ja, und wo handeln Sie da genau? Überall. Überall, ah ja. Für Sie ist alles zur Verfügung gestellt, genau. Ah ja, gut. Ja, und wie, wie machen wir das nun? Was genau? Wie kann man das denn nun machen? Was machen? Diesen Handel. Machen Sie das den ersten Tag heute, dass Sie das gar nicht verstehen? Nein. Ja, dann erklären Sie doch jetzt mal, wie das genau funktioniert. Okay, danach, wenn Sie mit Ihrem schon Ansprechpartner zurechtkommen, ja? Ja, Sie können für sich erste Positionen auf dem Markt öffnen, ja? Also, wie gesagt, wir haben verschiedene Positionen. Verschiedene Werten, also Krypto zum Beispiel, Aktien, Indizen, Metallen, Rohstoffe, alles, was Sie möchten, ja? Ihr Finanzberater wird Ihnen dabei helfen. So, und dann löst das ganze Prozess. Das war's, Sie verdienen Geld an der Börse. Ja, ich hatte da mal was in der Zeitung gelesen von so einem Handelsroboter, der das alles macht. Ist das so? Weil ich kann das ja gar nicht. Wir benutzen künstliche Intelligenz im Hintergrund. Das analysiert für Sie den Markt auf regelmäßige Bewegungen und unsere Finanzanalytiker, die bekommen die Signale. Diese Signale werden dann Ihnen als reine Information dargestellt zum Überlegen. Jo. Okay, aber das ist nur so ein Roboter. Das Handeln muss sich dann selber tun, ne? Sie können das selber machen und Sie können das mit den Finanzstaaten machen. Der kann das auch für Sie öffnen, die Position. Ah, ja. Sie werden aber auch automatisch für Sie geschlossen. Automatisch? Das heißt, das macht der Handels, wie war das, der Experte da, der macht das? Der kann das für Sie öffnen, ja, mit Ihrem Erlaubnis. So, und danach, die werden, diese Position werden automatisch geschlossen. Ah, ja. Im Profit. Jo, gut. Und wenn es einen Verlust gibt, dann wird es im Verlust geschlossen. Ja, aber wir verwenden... Oh, ich will doch gar kein Geld verdienen. Wie Stopp. Ich will doch kein Geld verlieren. Ich will Geld gewinnen. Natürlich, wie jeder bei uns. Deswegen, ich wollte Ihnen sagen, ja, wir verwenden solche Instrumente wie TIG, Profit-Order und Stopp-Loss-Order. Das heißt, Risiken sind begrenzt und wenn Sie schon Frau Wirtschaftswirtschaften haben, werden wir es auch nicht verpassen. Oh ja, das ist gut. Ja, und wie machen wir das nun jetzt? Wie geht das nun, wenn ich bei Ihnen da so ein Konto eröffnen will? Wie geht das nun? Also, jetzt sagen Sie mir bitte, möchten Sie mit der Karte einzahlen oder Online-Inbeweisung machen? Mit der Karte? Was für eine Karte denn? Ganz normale Visa oder Mastercard. Ach, Sie meinen so eine Kreditkode? Genau. Nee, so was habe ich nicht. Ich bin ja nur Bauer. So was habe ich nicht. Ich habe nur ein Konto. Okay, und was machen Sie als Bauer? Na, Bauer. Logisch. Landwirtschaft. Wissen Sie, was das ist? Landwirtschaft? Genau, ich weiß. Gut. Hallo? Ja, dann her. Ja, dann sagen Sie doch mal, wie geht das nun mit dem Konto? Sind Sie bereit, einzuzahlen jetzt? Ach, jo, sonst hätte ich ja das wohl gar nicht mich da irgendwie angemeldet. Was meinen Sie? Sie haben sich registriert, selber, unsere Startseite. Ja, das habe ich doch... Das habe ich doch... Ja, genau, das sage ich doch. Deswegen habe ich mich ja registriert, ne? Ja, wie geht das denn nun? Muss man Ihnen alles so aus... Muss man Ihnen alles so aus der Nase ziehen? Normalerweise nicht. Ja, dann fangen Sie doch mal an zu erzählen. Aber ich möchte, dass Sie auch etwas Spaß haben für die Aufnahme. Warum nicht? Was denn für eine Aufnahme? Dann müssen Sie mir doch die Aufnahme erst mal schicken. Ja, ich meine, also natürlich werde ich Ihnen das geben, wenn Sie das brauchen, wenn bei Ihnen zum Beispiel Mikro nicht eingestellt wurde oder noch was, ja? Mit was bitte? Also ich werde Ihnen eine Aufnahme von unserer Seite senden. Was wird eingestellt? Es ist sehr laut bei Ihnen. Ich verstehe Sie nicht. Was wird eingestellt? Ich verstehe Sie ganz gut. Ja, aber ich sehe nicht, weil es bei Ihnen so laut ist. Bei mir ist ja leise. Okay. Also müssen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt telefonieren, oder? Ist bei Ihnen immer so laut? Ja, wir sind ein Callcenter. Ja, aber das muss doch nicht so laut sein. Wenn ich bei meine Bank anrufe, dann ist da immer leise. Bank ist keine Callcenter. Ja, meine Bank hat aber auch so ein Callcenter. Vielleicht, wir sind keine Bank. Ja, aber Sie sind ein Callcenter und die Bank hat ein Callcenter und das ist leise. Da läuft keine Musik im Hinterkot. Und die Arbeit ist verschieden. Ja, wir haben Musik, das ist Spaß. Das ist Spaß. Das bringt uns gute Energie und auch gute Energie für unsere Kunden, ja. Nee, für die Kunden ist das keine gute Energie, denn Sie verstehen Sie ja gar nicht, die Kunden. Sie verstehen alles. Nee, ich bin doch ein Kunde und ich verstehe ja ganz schwer, weil es so laut ist bei Ihnen. Okay, also leider kann ich damit nichts machen. Also, sind Sie drin in Ihrem Konto? In dieses Konto? Ja, da bin ich drin. Ja, was Sie sicherlich stehen haben. Okay, super. Sind Sie auf der Startseite? Ja, dieses komische Trading-Ding da, ja. Was sehen Sie genau? Ja, da so Startseite, Finanzen, Handel für Investoren und so weiter. Dann auf der Startseite, sehen Sie Einzahlen auf. Einzahlen auf? Wo steht das? Genau, da steht, da steht Wallet. Null Null. Ja, also da Sie noch keine Kunden getätigt haben. Das habe ich. Und dann sehen Sie Einzahlen auf. Okay, drücken Sie das auf, bitte. Jo. Wieso Wallet? Ich will auch auf ein Konto einzahlen. Mhm, genau. Was ist denn eine Wallet? Das ist der Konto. Ach so, okay. So, und jetzt habe ich da geklickt. Da steht ja gar nichts von Banküberweisung. Okay, sehen Sie jetzt ein Challenge-Methode? Ja, und da steht nicht Banküberweisung. Wählen Sie da bitte Visa, Mastercard, 2P eingeklammert. Was? Visa, Mastercard und was weiter? 2P. 2P? Ah, jo. Genau. So. Jo, habe ich gewählt. Und nun? Super. Dann Zahlungsbetrag. Geben Sie der Summe rein, mit der Sie starten möchten. Jo, und welche... Was ist da so sinnvoll? Was meinen Sie? Was ist da eine sinnvolle Summe, da irgendwie an die Börse zu handeln? Also, wie gesagt, Mindesteinzahlung ist 250. Oh, das ist ja nicht so viel. Ich wollte eigentlich mehr machen, aber... Genau. Machen Sie mehr dann, mit 500, mit 1.000, wie Sie möchten. Ja, ich wollte ja eigentlich ein bisschen Geld sparen für einen neuen Trecker und der kostet ja nun mehr als 1.000 Euro. Ich wollte da so, weiß ich nicht, so 4.000 Euro einzahlen. Okay, dann machen Sie es mit 4.000 bei Zahlungsbetrag. Jo. Und dann? Dann auf weiter. Hier steht USD dahinter. Ich will ja Euro einzahlen. Ich habe keine USD. Was ist denn USD? Das wird umgerechnet in Euro. Jo. Hier steht jetzt, der Pferd des Feldes Aufladebetrag darf maximal 500 sein. Warum dat denn? Oh, jetzt wird da noch geklatscht bei Ihnen. Okay, versuchen Sie dann jetzt mit 500, wenn alles in Ordnung ist, dann können Sie mehr hinzuschauen. Ne, ich will ja gleich... Warum soll ich denn mehrfach überweisen? Das kostet doch Gebühren. Ich will einmal überweisen. Okay, ich denke, das ist der Diss-Siegen, weil Sie Ihr Konto bei uns noch nicht verifiziert haben. Ja, wie geht dat? Das muss ich bestätigen von meiner Seite, ob Sie qualifiziert für den Handel sind oder nicht. Oh, bin ich nicht qualifiziert? Das weiß ich noch nicht. Lassen Sie mich die Fragen stellen. Also, heim.bergmann.mail.org. Ist Ihre korrekte E-Mail-Adresse? Jo, natürlich. Okay, und Sie wohnen in Deutschland, ja? Jo, klar. In welchem Bundesland? In Niedersachsen. Ja, ich bin ein deutscher Bauer. Super. Ähm, welche Sprachen kennen Sie noch außer Deutsch? So ein bisschen Plattdeutsch. Gut. So, wie alt sind Sie? Ich bin 55, ne? Haben Sie schon erfahren, Kindreding, oder berechtet Sie sich zum ersten Mal jetzt? Nö, ich hab nur so ein bisschen was gelesen darüber. Okay, alles klar. Ihre Ehe startet, sind Sie verheiratet, ledig, geschieden? Wozu müssen Sie das wissen? Für die Verifizierung von Ihrem Konzern. Ich persönlich brauche diese Information nicht. Jo, dann lassen wir die weg. Das geht sich ja auch nichts an, wie ob ich verheiratet bin oder ob ich Kinder habe. Das geht sich ja gar nichts an. Okay, was soll ich dann angeben? Weiß ich nicht, das können Sie doch angeben, was Sie wollen. Okay. So. Beruflich, Sie sind Bauer, ja? Jo, das sag ich doch schon. Okay. So, haben Sie Schuldenkredite, diese Auszahlung, das ist ein Schufe-Eintrag vielleicht? Das geht Sie doch auch nichts an. Das ist meine Privatsache, das geht Sie nichts an. Okay, dann wird das nicht verheiratet. Jo, dann wird das nichts. Dann gehe ich zu einer anderen Plattform, kein Problem. Super. Super? Das finden Sie gut? Ja. Jo, das ist mal klar, ne? Das ist mal wieder ein echter Betrüger, ne? Sie sind echt YouTuber, ne? Ne, ne, Sie sind Betrüger. Ja, das habe ich verstanden. Ich habe einen Witz gemacht. Warum denn? Oh, jo, ist ja richtig lustig. Wenn ein Betrüger sagt, er wäre ein Betrüger. Ist ja ganz lustig. Nein, ich habe gesagt YouTuber. Und ich habe gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, das wissen Sie also auch, dass Sie ein Betrüger sind. Okay. Okay, wie Sie möchten. Ja, ne, wieso? Ich möchte ja nicht, dass Sie ein Betrüger sind. Ich möchte, dass Sie sich mal einen vernünftigen Job suchen. Und ehrlich arbeiten. Das tun Sie ja nicht. Ja, aber warum denken Sie, dass Sie Betrüger sind? Jo. Auch eine gute Frage. Ja, natürlich. Weil, weil, Sie sind einfach Betrüger. Das, das hört man ja immer schon, wenn so laute Musik im Hintergrund ist. Und das so laut ist. Das ist nichts, äh, Reales. Das ist mal nichts. Das heißt, das heißt, ähm, also wenn es leise wäre, würde alles in Ordnung sein. Ja? Vielleicht ja. Ja, das könnte man ja dann auch anders überprüfen, ne, ob Sie legal sind als Firma. Wo sitzt denn Ihre Firma überhaupt? Das geht Sie nicht an. Ach so, Sie wollen Kunden haben und, äh, die Kunden geht es nichts an, wo Ihre Firma sitzt. Also seriöse Kunden. Ja, naja gut, ich bin ein seriöse Kunde. Mit seriösen Kunden können Sie das besprechen. Ja, natürlich, ja. Sie sind also ein, dann, dann sind Sie ja nur ein Betrüger. Hören Sie doch mal auf zu stottern. Hören Sie doch mal auf zu stottern. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Wenn Sie nicht verraten, wo Ihre Firma sitzt, dann sind Sie ein Betrüger. Also stellen Sie mal vor, jemand ruft Sie nach Ihrer Anmeldung, ja, und redet so, wie ich das gemacht habe. Würde ein seriöser Kunde noch an der Leitung bleiben? Denken Sie wirklich? Ja, ich denke, ich denke einfach, dass Sie ein bisschen dumm sind und dass Sie das ganz erst, ganz gerade erst angefangen haben mit dem Job, ne? Nein. Sie denken jetzt nicht? Das glaube ich, dass Sie nicht denken können. Ja. Deutscher Humor. Naja, Sie haben ja keinen deutschen Humor. Ja, ich bin nicht deutsch. Deswegen. Ja, eben. Warum soll die dann einen deutschen Humor haben? Ich will das nicht. Das ist wirklich. Nun komm, du beweist doch mal, dass du eine echte Betrügerin bist. Warum soll ich das machen? Ja, weil, hör mal, es ist doch klar, dass du ein Betrüger bist. Beweis doch mal, dass du eine legale Firma bist. Möchtest du nicht, ne? Warum soll ich das machen? Ja, weil du es nicht kannst. Richtig, genau, du kannst es nicht beweisen. Das ist das Problem. Nein, aber warum? Soll ich das machen? Aber warum? Aber warum? Oh Mann, immer die dummen Betrüger. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ne, das glaube ich nicht, dass du nichts verstehst. Ich verstehe, dass dieses Video nicht geklappt hat. Oh, es klappt hervorragend. Das klappt hervorragend. Es klappt hervorragend. Dumme Betrüger ist immer schön auf YouTube. Ja, sind das dummer Links? Von was? Von Video. Ach, du willst doch erst mal dein Video senden. Deine Aufnahme. Ich möchte erst deine Aufnahme haben. Sind deine Aufnahmegeräte nicht so gut? Hast du was nicht verdient? Ich möchte erst mal deine, ich, ich möchte erst mal deine, deine Aufnahme haben. Schick mir dir einfach mal deine Aufnahme. Aber das ist das gleiche, das du hast, ne? Ja, ja gut, dann schick doch mal. Dann kannst du ja schicken. Ja, warum denn? Ja, warum denn nicht? Du hast gesagt, du schickst mir die Aufnahme. Dann schick doch mal. Ich habe einfach gefragt. Ja, eben. Deswegen, ich habe ja auch nur gefragt. Dann schick doch mal die Aufnahme. Noch ist keine E-Mail da. Was sagst du mir das zu machen? Was sagst du? Ich habe einfach gefragt, ob du das machen würdest. Das war's. Ja, nachdem, nachdem du mir deine Aufnahme geschickt hast. Okay, alles klar. Ja, gut. Ich warte. Hast du die E-Mail schon losgeschickt? Ich mache das, wenn... Natürlich nicht. Denkst du wirklich, ich werde das machen, was du sagst? Ja, genau. Du bist halt ein dummer Betrüger. Ja, okay. Du hast deine Meinung geschenkt. Ja, richtig. Das ist ja keine Meinung. Das ist ja Wissen. Ja, okay. Und ist es wirklich Spaß, so viel Zeit mit mir an der Linie zu sein? Natürlich. Jede Minute... Ich sehe. Ja, ich darf es dir gerne beantworten, wenn du mal den Mund hältst. Jede Minute, in der du mit mir telefonierst, kannst du kein anderes Opfer betrügen. Deswegen können wir gerne noch eine Stunde lang telefonieren. Super. Ich kann das mir aber nicht leisten. Ja, na gut. Leisten kannst du ja sowieso nichts. Von deinem kleinen, miesen Telefonisten-Gehalt. Und diese Beleidigungen, die sind auch ein Part von dem Video mit dem Skript? Oder machst du das aus deinem Kopf jetzt? Also random? Ich bin ja nicht wie du. Ich habe ja kein Skript. Ich auch? Doch, du hast ein Skript. Du liest es ja immer vor. Nein. Nein, doch. Okay. Aber ich weiß, wie dein Laden läuft. Du bist eine ganz schlechte Betrüger-Schlampe. Das bist du. Und du verdienst kein Geld. Du kriegst kaum noch Datensätze, die du anrufen kannst. Okay. Betrüger? Okay. Schlampe. Warum? Ja, weil Betrüger immer schlammend sind, wenn sie weiblich sind. Wirklich jetzt? Ja, wirklich jetzt. Du bist auch Sexist? Nein. Ich weiß nur, wer Betrüger ist. Und Betrüger sind immer Schlampen. Hat sie nicht verstanden, ne? Aber du kannst mich ja gerne anzeigen wegen der Beleidigung. Du kannst mich ja gerne anzeigen, wenn ich dich beleidigt haben sollte. Ja, sag mal deinen richtigen Namen oder wie heißt dein Kanal auf YouTube. Du, mein Name ist genauso... Ich werde dich einzeigen. Ja, dein Name ist genauso... Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Okay, dann was möchtest du von mir noch? Weiterhin nur deine Zeit stehlen. Ja. Können wir gerne weitermachen. Okay, wie viele Follevers hast du? Du, das geht dich gar nichts an. Warum? Du bist doch so schlau. Du findest doch raus. Wohl doch nicht so schlau, ne? Nein, wir wissen einige, aber... Ja, siehste, aber nicht alle. Aber wir Scampita kennen euch alle. Ja, nicht alle, weil einige so klein sind. Ach, so klein. Ich werde meine Zeit verschwenden auf YouTube. So klein wie dein Gehirn ist. Ja, genau. Mein Gott, wirklich, Mann. Also ich verstehe alles. Ich verstehe deine Seite, was du magst und so weiter. Ja, das ist doch schön. Da können wir ja noch weiterreden. Kein Problem. Diese, diese Beleidigungen oder noch etwas, das könnte auch etwas zum Beispiel, ich weiß nicht, etwas wirklich zarkastisch sein. Ja, du weißt nichts, genau. Oder etwas wirklich Schlaues. Ja, und du sagst einfach Müll. Ja, aber ich stehle dir mit diesem Müll deine Zeit. Okay, ich hab kein Problem damit jetzt. Ich gebe dir diese Zeit. Ja, schön. Ich kann nicht auflegen. Och, ne, wahrscheinlich nicht, weil dann versorgst du dir deine Quote. Weil dann bei der Beratung gar nicht gut war. Und der Kunde nicht eingezahlt hat. Ah. Nee, nee. Nee, nee, doch, doch. Du hast dich selber registriert. Ich kann überhaupt diese Aufnahme löschen. Mir egal. Ja, mir auch egal. Ich denke, du wolltest mir deine Aufnahme schicken. Jetzt willst du sie löschen, ne? Du merkst gar nicht, wie du dir selber widersprichst, ne? Ich, 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 ich. Ich möchte gut überlegen. Ja, das, oh, das ist schwierig. Das dauert jetzt eine Weile. Okay, dann überleg mal. Wartest du? Klar. Das dauert ja eine Weile, weil... Okay. Du bist ja nicht so schlau und deswegen kannst du nicht so lange, so schnell überlegen, ja. Das ist eigentlich nicht so witzig. Doch, ich find's witzig. Dumme Betrüger am Telefon zu haben, ist immer witzig. Ja, weil du, weil du Deutsche bist. Du denkst, dass diese Witze, die sind wirklich lustig. Ich mach ja keine Witze. Du bist ja ein Betrüger und das ist kein Witz. Ja, aber ich mein, du versuchst. Nö. Du kannst natürlich nicht machen. Du versuchst einfach. Ach, du meine, meine Abonnenten, die finden das immer lustig, wenn dumme Betrüger sich lächerlich machen. Die sind, die sind auch deutsche Leistung. Ja, natürlich, weil alle Deutschen finden es lustig, wenn ausländische Betrüger Deutsche betrügen wollen. Und es nicht schaffen. Okay. Gut. Wenn du so denkst. Ne, ich, ich denke nicht so, ich weiß es. Eben gesagt, zu dir weiß ich Dinge. Alles klar. Ja. Nein, erzähl doch nochmal ein bisschen was. Wirklich? Das geht dich gar nichts an. Wie alt bist du denn wirklich? Nein, warum? Wir können einfach reden. Ja, eben. Richtig. Können wir weiter. Erzähl doch mal was aus deinem Callcenter. Aus deinem legalen Callcenter. Erzähl doch mal ein bisschen. Ein Schwank aus deiner Jugend. Was möchtest du wissen? Was möchtest du wissen? Ein Schwank aus deiner Jugend. Was ist mit meiner Jugend? Das habe ich dir gerade gesagt. Du verstehst schon wieder kein Deutsch, ne? Ich habe gesagt, du sollst einen Schwank aus deiner Jugend erzählen. Kannst du das Wort nicht? Du hast gefragt etwas über Büro. Aus deinem Callcenter. Sollst du einen Schwank aus deinem Callcenter erzählen? Weißt du, was ein Schwank ist? Du kannst ja mehr sagen. Nö. Das stellt wieder mal klar, dass du wirklich dumm bist und sehr schlecht Deutsch sprichst. Von wo bist du denn wirklich? Ukraine, Russland? Warum willst du das wissen? Du, damit ich mich ein bisschen unterhalten kann mit dir. Dass du nicht aus England bist, ist klar. Wo bist du denn wirklich her? Warum ist England dann? Ach, nein, bist du nicht. Das weißt du, das weiß ich. Das wissen meine Zuschauer, dass du lügst. Magst du das live oder dann du bearbeitest das Video? Ja, das ist das. Erstmal wird es aufgenommen. Oder beides? Ja, beides, genau. Ah, okay. Schön. Nun, wo kommst du her? Immer noch Gefrage. Ich weiß nicht selber. Ja, das glaube ich. Das unterschreicht wieder deine Dummheit. Die anderen, die haben wenigstens eine Legende im Kopf und wissen, wo sie herkommen. Oh, ich habe deutsche Namen, weil meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist aus Timbukitistan. Das sagen die anderen immer. Und du hast noch nicht mal das auf... Das hast du noch nicht mal drauf. Du bist so schlecht vorbereitet in diesen Betrug gegangen. Ne, warum denkst du so? Denkst du wirklich, ich werde dir alles jetzt sagen? Nein, das weiß ich natürlich, dass du nicht alles sagst. Aber ich sage dir, dass du sehr schlecht vorbereitet bist. Nein, du, 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 du weißt noch nicht, warum ich vorbereitet bin. Also ich habe das von anderen angesagt. Du bist, du bist nicht, du bist nicht vorbereitet. Bin ich wirklich, bin ich wirklich schlecht vorbereitet, dass ich einen YouTuber sofort erkennt habe? Erkennt habe? Das ist wieder dein gutes Deutsch, hä? Ja, mein Deutsch ist super. Der Beste in diesem Office. Natürlich, natürlich. Der Beste in diesem Office, natürlich. Ein so schlecht deutsch sprechender Betrügerin und der hält sich für den, den besten deutsch sprechenden Mitarbeiter in diesem Callcenter. Ja, ich kann alles machen, was ich will. Ja, natürlich. Bist du dann irgendwann im Knast sitzt, dann kannst du nicht mehr das machen, was du willst. Vielleicht. Das sicherlich. Vielleicht werde ich etwas, vielleicht werde ich etwas anderes dann wollen. Wo weißt du das? Du möchtest wahrscheinlich am Leben bleiben. Das ist die Perspektive, wie du das siehst, verstehst du im Leben. Ja, aber dein Leben ist ja ganz schön armselig, ne? Wenn du in so einem versifften Callcenter arbeitest und Deutsche betrügen willst. Hast nichts Vernünftiges gelernt im Leben, ne? Das werde ich dir auch nicht sagen. Ich weiß, dass du nichts Vernünftiges gelernt hast. Ja, ich weiß, du weißt alles. Vielleicht etwas Vernünftiges gelernt hast. Bitte was? Äh, ich meine, vielleicht du hast etwas vieles Vernünftiges gelernt. Natürlich. Deswegen hast du diese dummen Videos. Nein, das ist ja kein dummes Video. Das ist ja das Schöne. Oh, warum jetzt? Jetzt kann ich das nicht sagen, ja? Dass diese Videos dumm sind. Und du kannst alle beleidigen. Ja, natürlich. Es ist ja... Du kannst mich beleidigen, wie du willst. Das ist mir relativ egal. Aber ich weiß, dass dieses Video nicht dumm ist. Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, okay, ich habe gesagt, deine Videos sind dumm. Warum? Ja, und? Ist doch scheißegal. Weil sie nicht dumm sind. Es stört es? Nein, das stört mich überhaupt. Das stört mich. Nein, das... Ach, du kannst mich gerne beleidigen. Trotzdem sind diese Videos nicht dumm. Du, du verstehst nur den Hintergrund hinter diesen Videos nicht, ne? Jetzt möchtest du mich totreden, ne? Aber damit hast du leider keine Chance. Deswegen hast du keine Chance. Du bist einfach nur dumm. Du verstehst den Hintergrund hinter diesen Videos gar nicht. Das ist mir klar. Wie soll auch ein Betrüger das verstehen? Warum denkst du, dass die Menschen, die verstehen nichts und du verstehst alles? Warum? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass der dumme Betrüger den Hintergrund jetzt nicht ver... Nein, du sagst das tatsächlich nicht. Nein, das habe ich... Du musst mich nicht dauernd unterbrechen. Wenn du Fragen hast, dann lass mich antworten. Nein, ich kann alles machen. Ich kann dich unterbrechen. Ich kann auch fliegen. Oh, kann ich dich auch über... Da kann ich hier ganze Scheiße reden. Das ist mir egal. Ja, natürlich ist mir das klar. Weil du irgendwo im Ausland bist. Kannst du... Kannst du... Kannst du... Kannst du... Hör doch mal auf zu stottern. Hör doch mal auf zu stottern. Mann. Du bist ja so dämlich. Du kannst ja nicht mal richtig reden. Fängst ja zu stottern. Bist du nervös? Was ist los mit dir, kleine dumme Betrügerin? Nein. Ich lache einfach. Ja, das höre ich, wie du lachst. Das geht dich im Scheißdreck an. Ja, warum? Ja, warum nicht? Du hast mich gelogen. Warum soll ich dich nicht belügen? Okay. Warum soll ich dich nicht auch belügen? Ja, meine Zuschauer, das ist meine Mutter. Du kannst es sagen. Warum nicht? Ja, das geht, weil es dich nichts angeht. Du hast mich belogen. Warum soll ich dich denn nicht auch belügen? Warum habe ich dich belogen? Ich habe einfach nichts gesagt. Ja, nee. Allein dein Name stimmt schon nicht. Dein auch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Warum sollte ich dir dann irgendetwas Wahres mitteilen? Du bist zu dumm, meinen YouTube-Kanal zu finden. Vielleicht, ich habe dich schon gesehen. Ja, wie heißt er denn? Ich erinnere mich nicht an den Namen. Ja, natürlich. Jetzt auch noch vergesslich. Ja, ja, natürlich. Ganz klar. Ja. Ja, das unterstreicht wieder, wie dumm du bist. Ganz dumm, hässlich, Lampe und so weiter. Richtig, genau, das bist du. Ob du hässlich bist, weiß ich nicht. Aber wenn jemand im Geiste so hässlich ist wie du und die Leute betrügt, dann kann da ja kein hübscher Körper dahinter stecken. Mhm, interessant. Ja, ne? Ja, ne? Okay, hast du noch etwas zu sagen, oder? Nö, ich warte ja, dass du was sagst. Nicht. Na, bist du schon am Ende? Fällt dir nichts mehr ein? Oh, hört sich, hört sich, hört sich ein bisschen russisch an bei dir, ne? Im Hintergrund. Wir haben mehrere Sprachen hier. Ja, ja, mehrere Betrüger-Sprachen. Ja, ja, ist klar. Deutsch ist auch Betrüger-Sprache? Äh, ja, wenn du mich anrufst in einem schlechten Deutsch, dann ist Deutsch auch eine Betrüger-Sprache. Und ich betrüge auch immer. Ich betrüge... Aber du hast mir am Anfang nicht gesagt, dass mein Deutsch schlecht ist und du möchtest mit mir nicht weiterreden. Warum? Ja, weil ich doch mit dir weiterreden möchte. Damit du dich selber lächerlich machst, wie du es jetzt gerade tust. Du, 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 du. Oh, Mann, bist du dumm. Ist das eine Frage jetzt? Nö, das ist keine Frage, das war eine Feststellung. Das war eine Feststellung. Okay, okay, Entschuldigung. Okay, alles klar. Gut, dann, ich gehe jetzt nach Hause. Viel Spaß dir. Schöne Wochenende, schönes Wetter. Hab ich, hab ich. Wir hören uns bald wieder. Follower, daumen nach oben, subscribe und so weiter, ja? Ja, ja, genau, genau. Ah, nicht vergessen, auf Klingeln zu drücken, ja, genau. Bitte, Leute, nicht vergessen das. Damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ja, genau, du kennst das ja, hervorragend. Ja. Super, ciao, ciao. Ja, tschüss, Betrügerin. Auch wenn sie meinen Kanal natürlich kannte, aber just den Namen vergessen hatte, so hat sie euch Zuhörer doch animiert zu abonnieren und das Glöckchen zu klicken. Wie nett von ihr. Übermorgen hört ihr ein neues Video von mir. Bis dahin bleibt neugierig und mir wohlgesonnen. Bis dahin, euer Callcenter Crusher.